Willkommen in diesem schicken und sparsamen Ford Fiesta Ambiente mit 5 Türen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses Fiestas ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Steuer günstig aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar. 5 Türen erlauben bequemes Ein- und Aussteigen. Auf der Rückbank finden bequem 3 Personen Platz. Zu den 14 Zoll Sommerrädern mit Radzieherblenden gibt es noch ein Reserveradmotor. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die bequemen Polster sind auch auf längeren Fahrten sehr komfortabel. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Zu Ihrer Sicherheit stehen hier 7 Airbag parat, ABS und ESP. Ebenso ein Berganfahrassistent. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein USB- und ein AUX-Anschluss. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem günstigen 5 Türen werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen 2 Jahre Garantie. Auf Wunsch erweiterbar bis auf 5 Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in eine Verprobe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.